Egal, was das Leben bringt, Freiheit, das ist für mich das Wichtigste. Ich will auf jeden Fall eine Familie und so viel Geld verdienen, dass ich unabhängig bin. Also ich mache erst mal meine Ausbildung und dann werde ich Ingenieur, der um die Welt geschickt wird. Ja klar, und dann wirst du Chef in der Firma. Klar. Also ich würde mich freuen, wenn ich die Welt um so viel verändern kann. Und ich? Ich lasse mich einfach überraschen. Willkommen bei SGF. SGF. Wir bilden aus.